So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Was ist jetzt los? Okay, nehmen wir noch mal. Wir haben mittlerweile das Ding rausgekriegt, wir sollen auf solche kleinen Satelliten jetzt achten, was? Aber ich bräuchte mal Munition. Das wär mal toll. Was ist denn das? So. Weil ohne Munition ist das echt schlecht hier alles, ne? Munition, 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 Munition. Und was denn? Was ist das? Yay. Öffnen. Was ist das? Alter. Hallo. Nicht schlecht. Schwuppdi-wuppdi-knalldi-waldi. So, da war auch Luftdings drin. So, wir sollen jetzt auch so kleine Satellitendinge sagen? Was? Mal gucken, vielleicht finden wir was. 143 Meter, das heißt, irgendwo hinter diesem Wrack hier. Wow, guckt euch das mal an, Alter. Da hinten. Hopp. Schlürf! Was, mehr gibt's nicht? Boah, Frichheit. Da sollen wir hier wieder hin? Echt? Und dann? Nein, 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 nein. Ja, wir sollen hier wieder hin. Alles klar. Nun stellt sich mich die Frage, wo sollen wir denn jetzt ganz genau hin? War ja angezeichnet, hatten wir in der letzten Feuerjahr gesehen, wo wir hin mussten. Aha, ein weiter. Und er macht das schon jetzt alleine mit seinen, mit den Satellit, ja? Äh, mit den Antrieb da. Trümmer und Trümmer. Was sind Trümmerhaufen? Das sind alles mal Dockingstationen, die waren alle mal drinnen, in so einem Raumschiff drinnen, oder was? Ja, denke ich. Rowan Oak. Ja, wenn wir. Zeig mir, wo wir hin müssen. Wie gesagt, Munition wäre echt eine wohltuende, angenehme Sache jetzt, ne? Was sollen wir mit den Satelliten jetzt nochmal machen? Alter, guck dir mal die ganzen fucking Mine an, ey. Greif ich dir nicht? Wir sind aber auf jeden Fall diese scheiß Satelliten. Was sollen wir mit den fuck-Dingern machen? Piep, piep, kleiner Satellit. Frag ihn, ob er mich noch liebt. Was ist jetzt der Plan eigentlich? Guck mal auch mal auf die Kiste jetzt. So. What? Was war denn, dit? Irgendwas hat mir wohl in den Rücken geschossen. Das ist ja so, von außen die Minen, ne? Dass sie auch so einen gleich finden. So, warte mal. Lass uns mal hier ganz kurz irgendwie verstecken. Können wir da irgendwas mitmachen? Gar nix. Okay. Okay. So, wer denn da fehlt, da fehlt es, rücken wir jetzt bestimmt tödlich. Wenn ich an den Navigationsdaten, der der Flugschreiber erfinde, sollen wir eine Route durch bisher gefunden. Bla. Eine Route durchs Eifel. Das heißt, diese Dinger sind diese Flugdinge, ja? Wacker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen, was ich finden kann. So, äh, äh, Sauerstoff wäre jetzt ziemlich geil. Da hätten es nur so ein, da ist ein Shuttle-Ding dran. Da sind auch die ganzen, ah, da war der Stopp. Boah, das war knapp gerade, ne? 16 Sekunden. Kann man als knapp bezeichnen, warte. Wie viele Flugscheiber, äh, Flugscheiber, Schreiber, Scheibenschreiber baue ich denn? Hatte ich den hier vorne schon, oder war das ein anderer? Ich hatte einen anderen gehabt, ne? Guck mal, da um die Ecke wäre was gewesen hier. Ach, den hier hatte ich noch nicht gehabt. Du Pimmel. Der war das. Das war er. Ey, ne mit. Das? Au! Okay, wo geht der Weg hin? Okay, und wie komme ich jetzt hier rein? Diese rätselhaften Dinge immer, wie man immer was machen muss, wa? Boah, bitte, Leute, gebt mir doch mal den Eingang. Anstatt, dass ihr mir den Eingang zeigt, ne? Das ist so scheiße schwer, ne? Dass selber drauf so kommen. Ich wette, er zeigt mir jetzt die Weltbank an. Aber nicht, wie ich da reinkomme. Scheiß, Dreck, ey. Wir müssen irgendwo nochmal uns... Da oben. Wo ist denn der Scheißeingang? Das ist, das ist ja immer... Das ist nicht ganz nett, ne? Anstatt mir den Eingang zu zeigen. Das ist ja erst mal wichtiger. Oh, Alter. Willst du ihn nicht kaputt machen? Willst du kaputt schießen, oder? Ach ja. Hallo. So, schlöpfe mal ein bisschen der Buttel um. Ja, ist ja gut, Mann. So. Aber da muss es doch auch irgendwo einen Eingang geben, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Das ist immer so spannend, ne? Ah. Hä, hat das noch nicht gereicht? Normalerweise reicht das nicht immer. So. Das ist auf jeden Fall die Inkonstruktion von dieser... Warte mal. Auch nicht, ne? Wie komme ich denn hier rein, dieses verkackte Schiff? Das ist Shuttle. So, guck mal hier. So, dann dreh dich mal. Da! Ich habe weggefunden. Das ist ja sehr krass. Wäre bloß schwierig werden bei den ganzen Monstern, die hier noch rumlaufen, denn, ne? Weil wir keine Motivation mehr haben. Ja, genug desinfiziert. Lass uns weitermachen. Was ist denn das denn? Lost. Ach, herrje. Ach so, das war ja das Ding vom Anfang, ne? Anzugstation. Wäre ja mal super, wenn wir uns was bauen können. Anzugs wechseln. Rig Upgrade. Okay, aber, ähm... Okay, es gibt immer nur diesen einen, ne? Ah, das ist ein Eva-Anzug. Ich bin voll der Super-Adam, weißt du? Aber, ne, ich krieg' ne Eva. Ähm, Rig Upgrade. Upgrade deine Gesundheit passen an Panzer-Anzug an. Was sind ditte? Treffer-Punkte. Okay, das sind die Dings. Das Luft ist natürlich nicht ganz unwichtig. Panzer-Anzug für ihn natürlich auch ziemlich nice. Aber dafür haben wir nix, ne? Ja, Lust können wir machen. Ja, wir machen ein Lust-Update. Können wir da noch updaten? Noch mehr Lust. Warte, haben wir das nicht? Du besitzt das Upgrade. Ach, das ist super. Find ich gut. Ah! Da, da scheitert's dran, ne? Mhm, genau. Was ist das? Was ist das? Chineser. Damit ist nur die chineser Erweiterung gemacht, aber... Ich find die Luft ziemlich nice. So. Flugschreiber. Da wäre die Bank, die wir nämlich machen müssen. Haben wir gemacht. So. Was können wir neu erstellen? Das ist die Stroh-Schrotflinte. Haben wir was Neues am Start? Kompakter Standardrahmen. Alle Waffen haben einen Grund auf, was wir sagen. Die waren mit den meisten in der Mitte. Okay. Und wofür ist der? Für alle Waffen. Äh, für einhändige Waffen. Das wäre denn ja jetzt zum Beispiel nur so Dings. Ähm. Zielfernrohr. Erweiterung entfernen. Neue Erweiterung herstellen. Nichts. Es ist immer so befrustrierend einfach. Oder warte mal. Müssen wir die... Achso, da gehört mir Munitionshilfe. Sicherheitsschutz. Herstellung nicht möglich. Ja, weil diese Ressourcen fehlen. Ich hab das Gefühl, ich krieg das nicht so hin mit den Ressourcen, ne? Nachladung erhöht. Neue Plattung herstellen. Gibt es nicht. Okay. Was können wir denn neu herstellen jetzt? Dieser... Kompakte Stahl... Kompakte Standardrahmen. Neue herstellen. Elite-Rahmen. Ja. Wo war das denn? Das... Dieses Teil legen da eine grundlässigen Dingser. Neues Tool-Herstellung? Ne, haben wir ja schon. Aber wir haben noch dieses... Dieses Hydraulikantrieb. What? Okay, nice. Aber wo ist denn dieser Rahmen? Da. Kompakter Standardrahmen. Den haben wir gerade eingebaut, ne? Da kommen wir auch so gar nicht runter, ne? Irgendwie voll behindert irgendwie, ne? Naja, ist halt so. Ähm... Pool-Spitze. Standard-Spitze. Neue... Ah, keine Teile verfügbar. Super. Lass mich doch einfach gehen. Warte. Speicherort auswählen. Mit das? Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich bin so sensibel. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schlafen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat. Aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Wer nicht wir, wer dann? Erschock gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können. Und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast, im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten. Und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Käften, wir müssen es versuchen. Aber eine Moterei ist das letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle, staubt gleich, bin unterwegs. Wie langsam das Alpha geht alles, ne? Fast ist sehr okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Ich komme an, Bob. Also groß kann das... Ah ja, da. Na, bin ich mal gespannt, was wir Schönes gefunden haben hier. Ja, ist ja gut. Warten. Na, dann warten wir doch einfach. Öffnen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Ja, mal wieder müssen wir es regeln hier. Jetzt können wir nicht drehen. Wie, was? Ist das hier ein Rätsel? Ah ja. Du musst sie nur drehen, wenn sie an Ort und Stelle sind. Ja, ich arbeite ja dran. Ah ja, ja, ja. Und jetzt? Wie drehe ich den Vogel? Aber so? Ja. Da siehst du. Nicht groß, aber schön. Ja, denn los. Lass uns starten. Fliegt nämlich so gegen, ja? Achso, wir fliegen. Muss ich den Vogel fliegen? Das wird halten. Okay, Leute. Mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000... Alter, wie schieße ich denn? Sie dürfen ran. Projiziere optimale Route. Auf Burs bleiben und auf alles schießen, was uns in die Quere kommt. Alles klar. Ein Viertel vor. Wie schieße ich denn? Natürlich fliegen wir, ne? Die Minen haben unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommen. Wer schießt auf den Minen? Wie, oder ist der? Oh, wir kollidieren. Das musst du jetzt mal hier verstehen. Ich sehe hier gar nichts, ne? Alles rein chaotisch. Ja, ist ja gut. Aber vielleicht sollten wir ja mal... Tschüss! Warum eigentlich Minen, sag mal. Zehn Sekunden bis zum Eintritt. Haben wir gut gemacht, ne? Acht, sieben... Seien Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. Drei, zwei, eins. Warum sind hier so viele Trümmerteile? Jetzt wird's lustig, sag mal. Der ist lustig. Uh! Die Abdeckungen lösen sich. Brandschnall! Es wird ruckelig! Höhlentemperatur ist weit im roten Bereich. Wir kommen zu steil rein. Wir brauchen Kurskorrektur. Unmöglich, wir verpassen unser Fenster. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. So geil, wie die Trümmerteile einfach kommen. Wir wollen auseinander. Wir sind fast durch. Ah! Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein. Ach, scheiße. Moment! Ich muss die Tanksteufer siegeln. Was soll er füßigen? Was soll er füßigen? Ja, wir reparieren alles. Ja, siehste, was wir nicht alles können, man. Er hätte es auch drin lassen können. Oh, der guckt immer blöd. Der navigiert, wo? Ja, ich auch nicht. Wie hoch sind wir? Ich weiß nicht. Da ist Blut auf der Anzeige. Ich erkenne nichts. Dann wirst du weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mach, 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 mach. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wow. Man sieht so gar nichts. Das soll überleben. Das überleben wir niemals. Na, wenn wir schon mal da sind, ne? Man hätte ja mal wunderbar nach Hause fliegen können, ne? Aber nein. Ist jetzt eigentlich ihr Freund gestorben? Ha, wie der frei war. Ja. Das war doch ihr Typ, der da gerade das Ding in den Kopf gekriegt hat, ne? Das war doch58isse. Das war ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Da war's für heute. Alles war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank fürs Einschalten, war super, bis nächstes Mal und ciao.